Hallo Leute und herzlich Willkommen zu MinerWare. Ich bin heute hier mit dem Cornel, dem Liscario und dem Whitecrafter. Das bin ich! Ja und wir spielen MinerWare auf dem WorldChanks-Server und ja. Genau! Ich habe zweimal gewonnen! Und das geht los! Um das mal ganz kurz zu erklären, ich nehme jetzt auch auf. Hier werden jetzt kleine Minecraft-Mini-Spiele gespielt und ja. Die Aufgabe steht immer im Chat. Genau, die Aufgabe steht im Chat. Leider englisch, Leute! Nein! Don't get tagged! Gott! Geh weg, Pasti! Weg! 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 Oh Gott! Weg! 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 Habe ich ihn hinter mir? Nein! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich spring runter! Ich spring runter! Nein! Ja, du bist getaggt! Ich bin dann spring doch einfach! Ich hatte keine Potato im Inventar! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Stirb, Kuh! Nein! Boah, schon drei Punkte! Ich bin am Gewinn! Toll, Potato! Nein, 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 nein! Den Tee verbrennen! Verbrennen beide! Jawohl, Pasti! Super gemacht! Das ist so unfair! Super gemacht, Pasti! Ich habe einfach direkt zwei gezündet! Ah, sehr gut! Kriegst du vielleicht die doppelte Anzahl an Punkten? Wär doch geil! Nee, kriegst du nicht! Oh, alle haben drei Punkte! Alle haben drei Punkte! Ach du Scheiße! Das könnte interessiert... Oh Gott! War so... Was? Was? Punched Ramon! Ja, ich habe gewonnen, glaube ich! Nein! Nein! Fuck! Nein! Ich habe verloren! Oh Mann! Nein, du hast gewonnen, wenn du halt jemanden gepuncht hast, dann... Ähm... Muss ich... Nein! Wie heißt die denn? Äh! Fuck! Nein! Ich bin um... Alter! Um eine Sekunde zu spät! Um eine Sekunde zu spät! Nein! Da steht doch... Identify the item! Man hätte den Namen des Items nennen müssen, nicht wie er hieß! Jawohl! Ich habe es geschafft! Aber was heißt goldene Karotte jetzt? Egal! Ich bin so ein Vollidiot! Ich habe mir Shortcuts gelegt! Simon Says? Was? Hä? Ich habe doch geklickt! Du darfst nicht klicken! Du darfst nicht klicken! Du darfst nicht klicken! Ne, da steht... Do what Diamond Says! Yes! Oh! Und dann stand aber nicht einmal ein Ses... Klick! Sondern ein Klick! Oh man! Das ist wie Gomme... Gomme sagt, weißt du? Wenn Gomme nichts sagt, Gomme sagt, dann mach es nicht! Ja, Gomme sagt, du bist scheiße, man! Hä? Wo? Yes! Ja! Ich kann die zweite nicht! Jawohl! Fertig! Du bist so ein Huren, so! Was? Du klaust mir einfach mit den Schaf, Alter! Ich habe eine! Nein, ich habe mich nicht getroffen! Ich habe eine! Ja! Ja! Ich habe drei! Mann! Ich habe zwei! Oh Gott! Nein, nein! Runter da! Nicht mich diesmal! Nicht mich! Ja, nein! Weg da! Weg Basti! Geh weg! Geh weg! Scheiße! Nein! Ja! Ich habe gewonnen! Ich bin von alleine! Goldblock! Mal schau dich doch nicht auf dem Crafting Table, du Behinderter! Warum? H gewonnen! Mann, ich habe es verkackt, Alter! Ja! Oder? Nein! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Oh Gott! Oh, nee! Ich versage schon wieder! Nein! Ich bin von... Nein! Alter! Der Sprung war ja... Der Sprung war ja so lasch und ich habe es nicht geschafft, Alter! Krass, Alter! Jetzt verlieren wir! Bis bald! Bis bald! Fistern! Ja! Fistern! Haaah! Ich fistern ich mit meiner Spitzhache! Nein! Nein! Ja! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja! Ich habe gewonnen! So! Oh! Was ist das? Ich kenn das nicht! Wir müssen überleben, Alter! Oh! Und was zum Teufel? Fuck it! Fuck it! Wohin, wohin, wohin?! Ohohohoi! Weg hier! Freunde, wo seid ihr? Hallo! Oh, ich bin raus! Nein! Fuck, der Sackgasse! Nein! Nein! Ich bin... Ist das deren Ernst? Ich hab einen Punkt weniger als Basti und ich bin genau... Alter, ich bin genau gestorben, als es vorbei war. Uncool. Kann ich auch sagen. Bisschen kurz, es geht auf meinem Kanal. Yo, ich würde sagen, uncut einfach auf die nächste. Uncut! Uncut! Ja, ich hoffe, ihr habt es bei mir verstanden. Ich habe ja hier nicht so die Minecraft. Uncut mit viel Blut, ne? Uncut. FSK 18. Ist am Anfang ein bisschen schwierig zu erkennen, die Aufgabe, aber es geht. Ich habe vier Runden gespielt und ich kann es. Aber ich verliere immer. Ja! Nein, Basti! Jawoll, Basti! Super gemacht! Basti, ich liebe dich, dass du das nicht gemacht hast, Alter. Okay. Ich... Into the Void! Into the Void! Into the Void! Into the Void! Halo! To the Void! Das ist die Aufgabe für Evoid! Ist so! Oh ja! Was jetzt? Was muss man jetzt machen? Komm schon! Man muss total auf den Chat achten! Na? Mir fehlen... Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe verloren. Guck mal, hier dieser Bradley läuft einfach herum. Das ist so cool, dass es so nicht wieder spaziert. Lol, ich habe es geschafft! Es hat gegolten! Cool! Ja, du hast am Anfang kurz Zeit. Oh Gott! Was zum Teufel? Hm! Ja! Ja, hab einen gewonnen! Ich habe auch einen... Gewonnen, gewonnen! Ja, das ist ja das... Ich habe nichts gesehen! Nein! Nein! Ich habe auch nichts gesehen jetzt gerade, weil Basti vor mir war! Oh man! Ich bin den ersten Sprung schon ver... Ohohoho! Warfight! 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 Oh man! Ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn getroffen! Ich habe kaum mehr geboxt! Avoidcrafter führt! Wir müssen alle auf Avoidcrafter! Äh... Oh, wie gut ich war, ey! Man, Alter! Ich bin viel zu langsam im Eintippen gewesen! Das kann ich sogar! Ha! Gewonnen! Ha! Grundschullehrer! Ja! Jetzt kommt er jetzt mit seiner 2... 3! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ich verpisst euch! Geht weg von da! Geht alle weg da! Weg davon, Hammer! Weg von dem Hals! Weg von dem Hals! Weg von dem Hals! Weg von dem Hals! Das ist das andere schlimmste Spiel, ey! Finde ich nicht gemein oder was los? Wo ist der Magic Block? Noll! Ich verstehe es einfach nicht. Wie geht das mit dem Magic Block? Ja, da ist irgendwo ein Block der... Nein! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Ich glaub der Bradley, der hat Down-Syndrom! Ne, ich glaub... Ich glaub der kann einfach kein Englisch! Ordentlich schon wie der Parcours! Das schaff ich nicht! Ich seh ihn! Nein! Ich bin ein Block zu weit gesprungen! Ich hab einfach nix gesehen, weil so irgendeine Fresse in meinem... Nein! So ne Fresse in deiner Fresse war? Ja! Ich wollte das erst sagen! Ich hab dann aber doch abgebrochen! Er wollte den Creeper! Oh! 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 Weg da! Weg von den Creepern! Oh! Ja ist das awesome! Oh! Hallo! Ja! Oh! Ich bin so schlecht ey! Okay was jetzt? Was jetzt? Was ist? Hinter der Void! Das kann ich! Aber wenn ich eins kriege... Das kannst du! Ja ich führe! Ja! Ich führe! Nein! Nein! Komm schon! Ich mach er Void noch fertig! Oh Gott! Oh Gott! Weg vom TNT! Weg vom TNT! Warum? Das war's! Ey der lebt noch! Das war's oder was? Noll! Wir drei leben noch! Cool! Ja Alter ich führe noch immer! Ich find's cool! Scheiße! Oh Gott! Das sind Zombies! Zombies! Jaja! Jaja! Was muss ich machen? Vor dem Zombie weglaufen! Wer... Wer den Zombie... Alter wie schnell ist der denn? Oh Gott weg da! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nee! Fuck! Nein! Ja! Ich führe! Ich führe immer noch! Oh nein! Da werde ich wieder verlieren! Ja ich seh die Zombies nie! Alles ist besser! Nein! Alles ist besser! Alles ist besser! Oh Gott Zombie! Oh! 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 Ja! Nein! Ich hab gewonnen! Das ist klar! Du bist so ein... Machen wir noch eine? Ja machen wir noch eine! Komm die ist geil ey! Oh Scheiße man! Ich will auch mal gewinnen! Ja stimmt! Wir sind jetzt bei 8 Minuten sind wir jetzt! Also eine kann man! Ja komm Alter! Ich hab gewonnen! Ne lass keine mehr machen! Ich hab keine Zeit mehr dazu! Wir haben gleich 8 Uhr! Achso! Eine geht noch! Egal! Dann bist du halt weg einfach so durch irgendwie im Video! Ich spiel jetzt einfach noch so lange mit bis ich austreibe! Genau! Und wir landen das dann einfach hoch! Wann... Wann laden wir es hoch? Morgen! Morgen um... Ja egal welche Uhrzeit passt! Include Boss Games was? Egal! LOL! Barfight! Ich seh wieder nix! Was ist? Avoid! Ich töte dich! Ohne Witz! Warum? Du hast mich einfach gebancht! Ich hab doch dich gebancht! Ja sag ich doch! Du hast dich schön auf den Popo gehauen! Somit hab ich jetzt verloren! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Achso ich hab ihn sogar geban... Ich hab auch gewonnen! Achso! Hör da! Break the torch! Ih! Ih! Nein! Ich hab gewonnen! Yes! Was? Wie hast du das denn noch geschafft man? Da war eine! Dieses don't move! Das hat sicher nicht gegolten! Weil ich bin noch einen Block weiter gelaufen! Doch doch! Wenn du... Wenn du dich bewegst dann steht es doch direkt im Schein! Das steht da direkt wenn du verloren hast! Achso okay! Du hast am Anfang ziemlich viel Zeit! Nehmen sie Leute! Was ist das? Netzer! 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 Was denn? Mann! Ich hab nen R vergessen! Was? Wie heißen sie denn? Bin ich falsch? Ich hab doch keine... Guck, wie schreib ich denn? Alter! Meiner! Mh! Meiner! Mh! Ja! In der Void! In der Void! Tschüss! Ja! Ja! In der Void! Wie gut dass ich das kann ey! Ja ne! Ist nicht schlecht von dir! Ja! Ja! Mh! Nein! Mh! Ja! Ich hab schon! Ich hab schon mal! Ich auch! Voll die gute Runde! Was geht denn da? Also ich werd diesmal nicht gewinnen! Leider! Was ist das? Ich bin weg! Ich sag schonmal tschüss! 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 Okay! Ausweichen! Ausweichen! Lalalalalalalala! Das war's! Ist schon weg! Ist schon um! Wir haben alle überlebt! Ja egal! Wir haben überlebt! So! Ich will noch gewinnen ey! Mir fehlt nur ein Punkt auf Basti! Hm! Ja! Nein. Nein, nein, nein! Ponklife! Ponkponk! Later! Basti macht noch alle Fertigung, obwohl er nicht mehr da ist! Da waren gleich zwei! Uuuuuh! Nein! Nicht runterfallen! Pists waiting! Pists waiting! Naruhodou! Avoid! Hör auf! Ja! Ohne Witz! Basti ist draußen! Basti ist ausgetimt! Basti ist ausgetimt! Ja ist ja! Er bewegt sich nicht mehr! Er ist draußen! Oh nein! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es! Verpiss dich von meinem Baum, du Spackensohn! Ja, ich hab's geschafft! Weg da! Weg da! So, fertig! Ich hab... Meins! Meine, meine, meine! Tschüss Basti! Tschüss Basti! Ciao Basti! So! I won the minigame! Ja, ich führe! Ich führe! Du führst schon wieder meinen Punkt, Alter! Da ist ein Schwein! Ja! Ja, ich führe! Ich führe! Ich führe! Ich führe! Ja! Oh Mann, mach mal einen Fehler! Nein, ich mach keinen Fehler! Fuck! Wie heißt denn das jetzt nochmal? Wie heißt das? Nether... Barze... Zeit! Hä, warum? Das heißt doch so! Irgendwurde ich scheiße getrennt geschrieben! Oh, boah! Oh Gott! Oh Gott! Was denn? Ach, don't pull! Don't nicht in the void springen! Kann man dich schlagen zufällig? Ne, leider nicht! Wäre zuweil! Kannst du runterboxen! Ja, wäre doch geil gewesen! Okay! Am besten du springst gar nicht, sondern läufst nur, weil dann kannst du irgendwann, wenn dann vor dir der Block runterfällt, springen! Oder du läufst ganz langsam! Ne, spring mal ganz lange in eine Richtung! Wieso? Mach mal! Alter, wie behindert! Das... Oh! Gott! Beinahe runtergefallen! Puh! Puh! Ha! Ich mach solche Geräusche! Das war knapp! Ja! Das ist auch ein guter Trick! Ich hab' gewonnen! Das gibt's doch nicht! Hahaha! Jo, dann verabschieden wir uns hier mal von dieser krassen Boss-Folge von... Mineware, oder wie das hieß? Mineware, ja, genau! Ja, mit dem ausgeteinten Basti! Hallo, auf Wiedersehen, Leute! Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute! Wenn's euch gefallen, dann lasst einen Daumen hoch, wenn nicht, dann lasst den auch da! Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge! Genau, da hab ich nicht gesagt! Tschüss! Genau! Schaut einfach mal in die Beschreibung, da sind alle verlinkt! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!